hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen let's adventure mich hat nämlich larios lp angeschrieben ob ich nicht seine adventure map spielen möchte und damit ihr auch was davon habt habe ich ja das gleich aufgenommen bzw wir nehmen das jetzt hier gerade auf und wir sind hier anscheinend im npc dorf gespawnt ich würde sagen wir legen uns mal kurz schlafen wenn wir hier unseren spawn point haben und dann können wir auch schon loslegen damit ist ja auch tag in der beschreibung stand dass wir die schwierigkeit stufe auf normal näher der schwere stufe im heißen monster aus so das ist noch ein kleiner text zur story die lese mal kurz vor jedes jahr werden menschen aus dem dorf spiriten geholt damit sie zum spaß des königs ein paar rätsel lösen okay jetzt auch die regeln die werden wir aber noch in game sehen deswegen werde ich darauf jetzt mal nicht eingehen okay die wichtigste regel ist natürlich nichts abbauen sofern nichts anderes gesagt wird beim adventure map zumindest ist es mein ja mein credo bei solchen sachen und hier schon mal ein schild suche im dorf die versteckten kisten das ist anscheinend freiwillig wenn du dieses überschwung hast folge dem weg also sprich entweder wir können jetzt die kisten suchen oder es einfach lassen dann suchen wir mal die kisten ich auch weil entfällt dann ist jetzt keine kiste irgendwie fies versteckt schaut irgendwie nicht so aus leicht hinter dem haus auch nicht okay wie man sieht dass hier auch anscheinend auf eine super flat map gebaut und da bin ich schon fast froh dass wir die monster stufe aus haben also sprich auf peaceful weil uns sonst ständige slimes wahrscheinlich rufen würden und naja und ein bisschen weg umstehen so wir haben unsere erste kiste und zwei goldene äpfel und das ist das aber nichts drin da frage ich mich eigentlich wozu brauchen wir die goldenen äpfel wenn wir doch sowieso auf peaceful spielen ich hab schon auf doch habe ich naja wir werden sehen vielleicht kommt ja trotzdem irgendwas wo wir das brauchen könnten wieder zwei goldenen äpfel hier ist nichts dann suchen wir mal weiter hier die npcs stehen jetzt gerade ein bisschen jetzt lässt mich jemal durch anscheinend geht es daran direkt weiter da werden wir dann am ende hingehen wenn wir das dort hier mal durchforstet haben die weizenfälle werde ich nicht abbauen brauchen weil ich bin ja auf peaceful spreche ich werde nicht umgeleiten müssen und zu not hätte ich ja trotzdem noch die goldenen äpfel so geschaffen das sind ein paar tierchen ist bei den tierchen was tierchen nein bei den schafen schaut es nicht so aus bei den kühlen auch nicht bei den hühnern auch nicht und bei den schweinchen ebenfalls nicht jeder hätten jetzt noch zwei jahre sind das kirchen kapellen nähe kirchen da müssen wir jetzt auch mal kurz reinschauen einmal die kirche 1 hier ist soweit mal nichts hier ist ein priester wo es eher sehr fräulich ausschaut eher an den nonni würde ich mal sagen und ansonsten ist hier nichts da gehen wir mal auf das andere rüber ich hoffe ich lasse jetzt kein haus aus ich gehe mal kurz in die beiden häuser glaube da war ich noch nicht hier gibt es aber glaube ich auch gar nichts und da drüben auch nicht okay dann muss ich noch drüben zur anderen karte hin und ich gehe mal vom weg entlang und ich glaube dann war es auch das kleine haus hier dann noch dann können wir direkt weitergehen bzw das adventure richtig anfangen ist nichts und hier ist eine kiste mit einer karte wir sind da drüben und das das ist das gebäude dahin müssen wir wahrscheinlich dann gut jetzt dass mich hier mal runter ist hier sonst noch irgendwas an der decke jetzt so jetzt hierzu nach verdammt wird zusätzlich gut jetzt noch die kleine hütte hier und dann hätten wir es glaubt hat den kribent drauf das ist der magier vermutlich hier ist auch nichts darum ist noch mal eine hütte hätten das auch mal auf kommt schon mal einer raus hast du mir was mitgebracht nein hier liegt auch nichts hierzu okay dann gehen wir mal doch in dem ausreich dann gehen wir mal weiter so dass schon mal ein schild gut du hast das bisher geschafft fahre nun war ich nun ach das entschieden hier kann ich zu machen dass die tür zu und da geht es hoch da ist eine vertiefung ein kuchen der cake ist allein dem glaube ich nicht es geht schon mal gut los die sind noch mal pistens für was sind die da anscheinend kann man die hier nicht kann man die irgendwie und mit was machen okay noch mal wieder zu und kann mir keinen pc folgen hier sind minenkarren und mensch zu klein verdammt stehen glück gehabt und jetzt war los okay jetzt fahren wir von dem npc dorf rüber zu diesem riesigen obsidian gebäude sind regelmäßig abstand center gras blöcke warum das denn so was ist in der kiste hier sind noch mehr mine cards so viel werde ich doch nie brauchen immer das teil mal mit wer weiß was brauchen können regeln regel nummer eins erst auf nichts anderes als blätter und bilder abgebaut werden ok gut zu wissen nummer zwei cheaten ist verboten genauso wie fly mods das habe ich fast gedacht regel nummer ne das ist keine regel zeit umstellen ist erlaubt wenn man bei einem safe room ist viel glück ok er wollte gleich info das sieht man ja ja diamant ist gleich schalter platzieren glowstone ist der checkpoint ist checkpoint gleich safe room ich hoffe es mal ich gehe mal davon aus okay dann würde ich sagen geht das hier jetzt los wieder mal obsidian viele bilder wie wir das sie dürfen hier abbauen aller anfang ist leicht es gibt zwei kisten in diesem raum du brauchst eine viel glück oder und sich schon eine kiste durchblitzen dann nehmen wir die mal doch ich habe ich zwei brote und ein hebel das sehe ich hier unten noch mal um eine kiste schaut schlecht aus aber die bilder kann ich doch alle abbauen ist es oder okay da ist schon mal ein ding mal schauen was gibt es hier noch hier ist noch mal eine und eine diamant block ist auch gleich so du 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 ist es nicht ist da oben noch eine kiste drin nein auch nicht hier ist noch die frage doch welche tür gehe ich so mal hier reinzuschauen hier geht es irgendwie raus das sind weizen das sind felder gern auf der anderen seite das sehe ich vermutlich jetzt gar nicht sich nicht okay dann schon wieder zu oder ist eine kiste das ist ein kekse drin sollte die frage wohin muss ich dann jetzt und wie komme ich darüber spring jetzt nicht so meins mal schauen ob ich das schaffe ehrlich gesagt bin ich gespannt was hier drin ist ach sehr wurscht gewesen wir kommen immer hier raus okay sagen wir hier habe ich felder warum auch immer essen brauche ich eigentlich gar nicht was steht denn hier safe room nummer eins naja schlafen ist jetzt hier gar nicht ist so eine kiste aber okay ich tue mir die bilder hier weg die brauche ich doch nicht aus ich will hier aus dekorieren aber ich glaube man nicht wie was ich darf blätter abbauen ist hier irgendwo was ich glaube nicht und hier ist hier irgendwas blätter technisch anscheinend auch nicht oder aber es sind verschiedene blätter liegt samt wie acht ob es der kiste kiste die diamantschwerter machten wir gleich mal beide mit dazu die kiste habe ich entdeckt ist da oben vielleicht auch noch mal ein so da ist nichts da ist auch nichts und da auch nicht und hier da ist der kiste das ich sie doch durchblitzen noch mehr goldene äpfel glaubt sind eher als trophäen gedacht nämlich mal an low stone damit sie nicht zu dunkel ist es ist immer witzig zu sehen wie menschen den falschen weg dem versuch doch mal dein glück vielleicht bist du der auserwählte was ist das hier ein bücherlabyrinth ach du schande gehen wir mal nö ich bevorzuge einfach mal meine taktik einfach immer rechts halten mal schauen was passiert du 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 glückwunsch hast es geschafft hier weiter das war ja nicht so schwer save room nummer zwei es wird gerade dunkel oder kann ich schlafen noch mehr äpfel und hier könnte ich jetzt irgendwas machen aber will ich nicht hier ist es bloß allgemein zu dunkel das hier irgendwo was ich sehe irgendwie grad gar nichts muss auftauchen jetzt hier oder hier oh gott hilfe oder hier nein es ist ein fake oder der brunnen ist einfach nicht richtig gemacht worden hier gibt es wirklich nichts alter jetzt war diese strömung ist der hammer aber ich gehe zu extrem tief runter könnte man fast meinen tag ist was ist wirklich nichts außer vielleicht mein tod wenn ich die rechtzeitig auskommen jetzt hier geschafft so ist noch mal ein baum mit blättern mal schauen jetzt oben an der spitze wieder was nein diesmal nicht hier an der seite irgendwo nein hier hinterm haus hier ist eine kiste mit schweineschnitzel gut packen wir das essen hier rein und die setzlänge die brauche ich jetzt auch nicht so mensch wo jetzt ach wir sind hier jetzt okay wir sind im gebäude vielleicht hier irgendwo noch wir sind hier noch eine kiste so dann folgen wir mal den weg interessante beleuchtung auf jeden fall nebel dankeschön war hier noch mal irgendwo eine einsparung so was gibt hier du hast es bisher geschafft was etwas vergessen alles gute ist oben ach das ist jetzt der hinweis dazu ach du hann ach du heilige was passiert ach es sind die leitern hier geht es gar nicht weiter ach so ich musste das hier so machen auch das hat ja dann gepasst gehe ich so rum oder ich so rum ich probiere es mal dahin ich glaube ich habe na toll fängt ja schon mal großartig an also war das ach nee sah bloß aus ich habe dachte es jetzt vielleicht eine kleine truhe ja geschafft das auto bis koppel was das so bedeuten hat das tropft von der decke runter und über uns ist wasser anscheinend gehen wir mal weiter hier ist doppeltür safe room nummer zwei das war ja einfach jetzt wird es gefährlich kann ich schlafen tatsache dann speichern wir hier sozusagen mal ab und eure schwerter ich kann ja noch mehr schwerter ich habe hier ist kohle nehmen wir mal die kohle mit schwerweiß und dann lasse ich die zwei diamantschmetter weil ich habe ja zwei diamantschmetter dabei ach so es war gedacht dass man das 1 mitnehmen ja okay jetzt ist auch schon wurscht in diesem raum dass die spinnnetze kaputt hauen tata halt ich mache es ja ein bisschen kompliziert halt so geht es da tnt koppels und redstone fackeln wir nehmen einfach mal das mit mal schauen tnt platzieren machen wir das jetzt geben wir das so platzieren redstone oder dort oder dort oder dort oder dort oder dort oder sprengung deckung so jetzt hat sie glaube ich komplett zu hauen aber was sollst so falls ein plastisch dann fehlt hier rausnehmen sind die plastisch steine naja dem klassisch was dem klassisch hat brennen und ein schalter kraften die dem pflaster stein brennen um ein schalter zu kraften bräuch aber holz habe ich irgendwo holz übersehen war hier wo holz hallo hallo sehr früh nährer hier war kein holz hätten wir kohle warum soll ich den stein brennen ich muss sein ich brauche holz wir kriege ich jetzt holz so schnell her den pflasterstellen brauche ich nicht brennen um hebel herzustellen holz finde ich jetzt blöd dann dann muss ich kurz noch mal zurückgehen und mir holz holen weil sonst komme ich ja nicht weiter dass das irgendwie nicht ganz gut durchdacht ach da oben wir holz ich bin mal so frei an dem brauche ich zwei holz ach ich gehe jetzt noch ein stück weiter und hol mir von dem baum hier ein stück holz und das sollte ja vollkommen ausreichen so dankeschön ja tut mir leid dass ich da jetzt den baum habe abholzen müssen aber sonst wäre das ja hier unlösbar wie solchen da weiterkommen oder hab die holz versteckt gehabt wenn ja dann tut es mir leid dass ich das so lösen müssen nein 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 war das holz jetzt auch weg ja und ich habe keine kommen ich glaube ich muss noch mal zurückholz wollen ja ja toll komme ich hier vielleicht leichter rüber zumindest komme ich hier das okay egal probieren wir es noch mal nachdem jetzt einfach hier in den bruch 2 muss ich zwei messe lang klopfen probieren wir es halt noch mal oder gab es hier vielleicht holz habe ich das übersehen nein hier ist bloß eine kiste seltsam gehen wir mal weiter sei die frage schaffe ich das jetzt noch mal her ist das erde oder ja so jetzt aber geschafft und jetzt schauen wir mal ich brauche jetzt holz und stickies so habe ich schon mal acht stickies und der koppel fehlt mir jetzt natürlich total deswegen nehme ich jetzt raus als ein an dem ausnimmungen sorry so dann nehmen wir den jetzt und machen stecken stab rein und kriegen einen netten hebel den dürfen wir craften so dankeschön warum durfte ich den jetzt auch da unten nach egal so man sollte nicht immer den schaltern glauben ist aber ein schalter der schalter sagt aber dass hier aufgeht man schlafen kann ich hier nicht dann muss ich aber trotzdem raus warum sollte ich dir nicht glauben ich muss ja hier raus oder gibt es hier noch was anderes oder nicht das war jetzt irgendwie nervös betten darf ich ja nicht abbauen und hier in der kiste ist nichts was setzt was ich irgendwie seltsam finde und mal schauen ich muss vor allem was übelst aufpassen weil das obsidian ist es hier ziemlich dunkel und könnte irgendwo was sein womit tötet man ein zombie ich habe ich habe die schwerte vergessen ich hält